Hast du schon mal überlebt, also? Nicht das erste Mal. Ähm... Nein, du hast doch mal mit Patrick Blaze was gemacht. Genau. Chill ich auch schon mal in Zusammenarbeit mit einem anderen YouTuber. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Dieser los. Nicht da, wo viele Gegner landen. Wo landen viele Gegner. Äh...da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-de-da-da-da. Okay, dann lassen wir das! Ich mach meine Markierung weg. Chill dich. Chil dich. erst ein video anbauen so ein ding hey leute was geht ab hier ist wieder euer live von haus mit einem neuen video für euch heute leute heute mit dabei gute loginator und zwei andere wo ich nicht kenne ich dachte ich dachte jetzt schon mal gesehen habt ihr aber gar nicht ich schaffe es nicht ich glaub dann zu euch und wenn ihr auch schon mal nicht zu erpassen wollt gerne arrow button und die glocke aktivieren und nichts zu erpassen würde mich freuen gerne auch wenn ihr euch auf die season 8 heute würde mich freundlich das war mal wieder auch die man noch mal einfach scheiße bei mir eine buster aber wir machen ja nicht so lange ich nicht angst ich habe die form schießen nicht der bosse nicht an bei euch geht mal die party mal wieder ab ja okay nur ein team erst wieder alle hochgenommen nein aber ich dachte ich dachte daran zu mir er ist bei mir nur die gabin auch den namen umbenannt nulla polis war mit zu öde geworden und dann habe ich ihn einfach nicht die die mann ich bin taxi ich bin taxi mit einem mit dem mann taxi fahren ich war sie irgendwo in afghanistan okay mit einer in die tante gefahren werden ich war schon mal wenn ich nicht mit so dass ich wieder was das ist was mache ich hier Oh, Moni. Oh, ich werde zurückfahren. Da schien ich mich schon mit Schuh ab. Ja, sicher. Wer hat's coolste? ich nicht weil ich auf den tag schrieb lamborghini huracan die lamborghini huracan die namen gegen die huracan ich kann wo er 0 erst mal gedacht zu einer sagen du erholter das ist das ist ok oder er hat gemacht was passiert einfach ich bin gerade einfach so gebaut in den keller gecrasht da freue ich mich auch mal wenn ich in den keller press hat sogar jetzt in den keller ja ich bin gerade überhaupt in den keller gecrasht hier gerade und wer kommt da mit dem auto das ist so wichtig ich clean mann wort bist du reich geworden benny bitte ich bin zu reich geworden ja ja klar und das ist ein sacher manche geschafft ja 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 ich mag die partie ich kann mir ganz nach oben ich mach mal mit und mal den zeitig nach oben wenn ich wüsste wie das aussieht siehst so doof aus wir sind auf eine bootfahrt mit minis bei irgendwo gegner irgendwo unten glaube ich gar keine ahnung guck mal die haben das so eine brücke gebaut ja unten 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 den ah ok im wasser alter war der knapp der ist weg da wird habe ein headshot schädig green mann bin markiert worden bei mir ach die wollen zum boot schwarzen oder kommt ja kugel 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 das keine liebe kugel so besaust kugel mit die hier kommt aber gar keine waffe raus maaaain oh mein gott ich habe ich bin low ich bin tot passt alter auf der Konto ich bin los, du bist tot aber ein der andere oben oh Gott, ich werde zu... ja, und auch gesniped von unten mit einem A auf dem Kopf super ich hab grad nix Vorsicht hinter dir hier ja, ja, da kommen überall Leute scheiße das ist ja auch der Animal auf dem Kopf, dann kann ich keinen Headshot geben, Alter ach, man kann ja man kann ja einfach keinen Headshot geben, aber ich hätte nie nicht geholt, also die waren gut ja, die waren wirklich gut ich hasse das, wenn man in Alien-Open-Komfort und keinen Headshot geben kann ich hab einen genockt oh, ich spiele noch bis halb zehn und dann bin ich raus ich will noch eine halbe Stunde was anderes machen ich will auch ich will noch eine halbe Stunde was anderes machen, weil ich muss dann pennen gehen in einer halben Stunde warte warte oh ja keine ahnung ich will an gästen da wo fast gar keiner landet aber irgendwie will ich auch essen passt aber das ständige direkt so spät bin schon ausgesprungen und auf dem weg zu plätenpark der besten noch mal was geht ab schüttel schüttel noch machen wo sein kollege jetzt job ich sehe dich habe ihn der mutter gelangen machen wollte verhören und dann bin ich dabei gestört noch eine blaue tag mag jemand holen auch bei euch geht dabei ja bei uns aber wirklich auch mega zeit martin ich komme er halt den er geht doch ja wo ich sagen geht doch nach oben wenn die fliegt man kann menschen fliegen ich bin kein mensch ja ich bin auch kein mensch alter von mir hängt da ist einer da ist einer in haus da wartet ist jetzt kriegst du die zwei benni bau 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 hinter dir bau 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 Schokolade. Schaugerkauf. 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 Oh, oh, oh. Ah, Allah, ich werde dir getötet, Hilfe! Voll übertrieben, aber lass uns das mal gut sein, ne? Ich hab so geknudelt von meiner Oma, Alter. Sei froh! Das ist nur eine Art von der Zuneigung, dieses, ja. Sollte nicht runtergehe auf den Stuhl, sonst hätte ich auf den Stuhl dich in den... Bei uns im Stuhl kannst du das nicht machen. Bei uns im Stuhl kannst du das nicht machen. Wie bei Meilen, aber... Da brauch ich dir Geld, darf ich auch mitmachen? Ah, schade. Mein Freund legt mich ein, ich geh mich aber nicht an. Hier, hier, hier. Ich glaub, Benni hinterher. Guck mal, was ich gelernt hab. Umarmung? Okay, Umarmung. So, dann zeig ich dir mein neues Talent. Yeah, yeah. Ey, ich hab was Neues dazugelernt. Komm wieder. Und ich hab noch was Neues dazugelernt. Das lernt der alles gerade. Und ich hab noch was Neues dazugelernt. Der ist wie so ein Buch, wo man den Lernstoff reingepresst hat. Und ich hab noch was Neues gelernt. 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 Hör auf, alles ist Neues zu lernen, Mann. Und das hab ich auch neu gelernt. Und das und das und das und das und das. Und das und das. Nein, Junge, Junge. Und ich hab noch... Da kriegst du ja zu viel. Habt ihr den? Nein. Hast du nicht diese Lackierung? Nö, hab ich nicht gemacht. Okay. Da kriegt man das Ding, ein Frame, so ein Stegel und eine Lackierung. Ich sag nur, FNCS-Items gibt es ja auch noch. Oh, kenn ich nicht. Tschüss. Wo soll man landen? Ich hab auch keine Ahnung. Äh, Creasy Chris? Cranky. Wie sagt Creasy Chris? Das ist aber... Das ist aber physikalisch nicht richtig. Ich hab auch keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Hey, warum sind die Aliens? Ja, weil es Lida ist. Weil es Lida ist. Und das heißt, dass da die Ufos immer sind. Hey, weil mir ist nicht Lila. Doch, die... Weil mir ist gar nicht Lila. Die Stadt steht dran, Lida. Und sie ist so holographisch. Hä? Ja, aber der ist nicht Lila, der ist nicht Lila. Ich weiß wie, aber der ist nicht Lila, Alter. Knie, Mann, Alter. Ich muss hier raus. Äh, Martin ist überhaupt... Anno ist nicht mehr auf Kopf. Ich bin runtergekommen. Ich hab aber keinen Schaden bekommen. Nicht in das Haus gehen, ich ruhte das mit Feuer. Oh mein Gott, ne Schnippe. Oh, ne Schnippe. Äh, ich hab schon geküsst. Oh, Hammer, Martin. Äh, ich wurde grad gecatcht von... Sind das Gegner oder sind das Bord? So. Die sind so akkursiv. Welche, die einstellen, sind die akkursiv? Ich weiß gar nicht, was das ist. Er ist ein Alien. Oh mein Gott. Was ist hier angeschossen? Hier ist doch gar kein Gegner, Alter. Oh mein Gott. Klima? Was zur Hölle? Geht hier wieder ab. Wer hat die Ungluft-Appgestellt gemacht? Bist du auf mich auch auf dich? Bist du auf mich jetzt auch auf dich? ich habe mir die suche danach nehmen fliegen wird geschossen so und einer einsteigen ich muss noch noten dann wartet wenn ihr anwendet ich habe schlüsse gehört das hast du selbst bei mir ist kein geschenk da ist ein gegner auf dem berg oben, oder? ja, auf dem berg oben hä, wer hat die twin eliminiert? mann da liegt noch ein weg boooom boooom hab einen kiff fritten irgendwo gemacht so, jetzt müssen wir mal in die zone ja, ich komme oh, was habe ich denn hier gefunden? ne riff ne ah, die kript komm, rein, alle rein wie ist die los? he he macht ihr bei popskipko, oder was? loot für euch loot für euch bitte? loot okay das ist ein lama also ist kein lama die lama sind dumm wenn wir ihn holen wir müssen den zusammen holen ok los aus der laufzeit wo wir passen wer ist was wir wollen die zeit und schweiz fliegen Egal. Ey, nehmt meine Freunde mit. Nehmt meine Stiefpappe mit. Check eins. Was macht ihr? Ja! Okay, auch Scheißraktor auf Benni. Der wird schon... Okay, will denn Benni mit? Ah, Benni, du fliehst schon wieder. Fliehen, Mann. Der wird einfach so mit Hüppstrahl. Was? Ole, 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 ole. Das ist ja auch cool, ich bin Beifahrer. Wie geil. Die immer runter, loot holen. Ja. Ja, ja, klar. Ja, klar. Lukas, Lukas, Lukas. Lukas, Lukas, Lukas. Schüsse, Schüsse. Erstmal. Ich hole die. Verkackt, Alter. Oh, doch nie verkackt. Ey, das war ein, der Typ in UFO. Ey, das ist ja auch unfair. Ey, das glaub ich, der hat verkehrt. Was ist das, Mann? Hm, Bume. Bume, Alter. Ich hab die Waffe lösen lassen. Hm, kommt da hin, Mann. Bume, Mann. Ja, der schießt auf uns. Mein Kollege schießt auf euch. Wow, du bist eine Freundin. Okay, das sind halt keine Freunde mehr. Oh. Warte, zwei. Ich bin so ab. Absturz, 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 Absturz. Wir sind knapp vor dem Absturz, Alter. Ich bin jetzt noch nicht schon wieder so weit. Ich bin jetzt noch nicht schon wieder so weit. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. What a fish? Steve, Mann, wie bist du? Ist einer zu. Ich hab keine mehr mehr. Hat einer. Sturmgeber-Munde für mich. Und ich hab um mich. Ich hab keine Munde mehr. Ohne Scheiß-Fix-Attraktion. Der baut sich noch hoch. Ich hab keine Mets mehr. Ey, da flinkt alles blau. Was ist da los? Was ist da los? Mann, Alter. Mann, Alter. Ey, was ist da? Man. Das überlebt ihr nicht. So, das war's. Jo. Fühl mich auf. Ich müh mich aus. Ah, tschau. Okay, eigentlich nur von der Gruppe. Sorry. Ich sag tschüss. Tschau, tschau. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Geil den Aro-Button und Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Leute, würde mich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen. Ihr wisst, ich lese mir den Kommentar immer gerne durch. Und dann würde ich sagen, Leute, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.